So, und der Herr ist jetzt Ich würde da mit großem Geschütz hingehen Sag, die haben Ifrit Ja genau, sag die haben Ifrit Und die haben ne Geisel Die haben ne Geisel, die haben mich als Geisel genommen So, wie kürzen sie denn? Sie haben sich von der Gesundheit, oder wie ist das? Nee, die ich gar nicht so schwindelig und so Die raten zum Salzfeld Es ist wie, jetzt kommt noch ein dritter Wagen Dann fährt die auch runter her Jawohl, nice Ah, tut mir leid, sie haben innere Verletzungen Dann müssen sie selber zu Krankenhaus fahren Und das einmal selber durchführen Da hab ich gesagt hab, ich hab Informationen Äh, ja, gerne mal Für sie nochmal, äh, im Reglement Äh, wenn sie das Gesetz durch diese Angelegenheit Über einen Paragraph für Feuerwehrleute Im Verhalten, aber sie dazu finden Darf leider nicht zu tun Ich werde direkt wieder nach Hause liegen jetzt Warte, ich seh die gerade Oi, was denn da los? Äh, wenn Sie dort Idioten schießen Wille roll Moss Aber wenn doch einfach Wird das Feuer eröffnet wird, können Sie doch die Polizei rufen Oder nicht? Alles klar, man ist gut Man ist gut, tschööööööö Ich habe keine Angst, sie haben mich schon gehofft. Oh, die Herren! Die beiden, die beiden, die haben mich schon gehofft. Sie heißen mich vorbeigefassen? Ja. Ja, bei mir haben getankt-racket. Können Sie mich nochmal verarzen? Da gehe ich hin und sage, ich habe Informationen für mich. Das wäre sehr nett, danke Ihnen. Auf dem Seilfeld werde ich hier ausgeraucht, die sind geil, wir haben hier frippt. Dann sind die Bullen sofort losgeraft, eigentlich fliegen und sofort losgeraft und haben gesagt, okay, müssen losgeraft und zwei Wagen. Also tun Sie besser, was diese Herren sagen, das ist immer unsere persönliche Empfehlung. Ja, die können wir am Schweiß über Spann klutschen. Ja, genau so. Denk und dran, komm nur einmal. Der Dreck, die Neger hier. Machen Sie es gut, danke schön, tschau. Der Neger bist du. Kommen die Bullen vor, kommen die Bullen nicht? Ja, komm! Ja, dann lass Zeit hier noch zu sein. Wir werden Sie jetzt in Ihren eigenen Zeppets setzen. Verpitz dich, du Neger. Was halten Sie erst mal, wenn Sie eigentlich auch hier reden? Ja, ich würde doch auch erst mal sagen. Dass alles aus Fahrzeugen aussteigen nicht möglich ist, ne? Steigen wir alle auf und lass erst mal reden hier. Was amach ist. Was amach ist. Ja, ich meine aber auch, lass uns mal die Situation erklären. Lass mich los, du dreckiger Neger. Lass mich los, dreckiger Neger. Ey, Peter? Ja, ich seh den. Richtige Schwanesflugung. Richtige Schwanesflugung. Ich seh den. Peter denkt dran, dass es nicht erwischt wird von der Polizei. Ich bin aus dem Auto rausgesprungen. Ja, Moment! Ja, Moment! 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 Wenn ihr im Auto sitzt, macht Eject. Spart ein bisschen Zeit, bis Sie hier sind. Sofort! Sofort! Einen Moment! Moment! Bitte! Moment! Der ist tot. Muschi 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 Muschi. Ich hab keine Schoss. Muschi 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 Muschi. Muschi Muschi Muschi. Muschi Muschi. Warte, warte, ich schien noch mein Kopf. Ich lieg hier auf dem Boden, Alter. WTF? Also die Herren, so aussteigen auf dem Fahrzeug, da geht es nicht, ne? Muschi 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 Muschi. Komm, klaut den erst mal raus, den Wichser. Oh, da bin ich wieder drauf hin. Wie lange brauchen denn die Polizei von Sophia nach Salzfeld zu fahren? Warum kann ich, ich knarre nicht? Du kannst die nicht looten, an sich. Du kannst nur jetzt die Koffer aufgeben. Alter, wer ballert denn hier rum? Random Deathmatch, Hammer drauf, danke sehr. So, naja, wie gesagt, gefällt es auf der Seite? Warum kommt die Polizei? Da muss doch schon nichts da sein. Lassen Sie mich in Ruhe. Schöne Zeit, schöne Zeit. Hier kommt gar nichts, Alter. Die werden draußen schon lange da, ey. Ey, verstehe auch nicht, die sind runtergefahren. Die sind zu euch runtergefahren, zu Seitzfeld. Zwei Wagen aussteigen. Labert der eigentlich noch irgendwas? Ja, ich verstehe auch nicht, weil jemand da zwischenlabert. Nein, ich meinte jetzt René. Weil hier kam so ein Typ an und ich hab denen halt einen Headshot gegeben. Alter, wann sind die Bullen hier, Alter? Nein. 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 Da kommen sie. Oder? Nein. Sechs Minuten drüber. Sind die das die? Das sind die Bullen, warum machen die nichts? Ich spring wieder raus. Jetzt bin ich tot. Ich auch. Haben die euch abgeknallt? Scheiße, bleib drinnen. David, bleib drinnen. Dann siehst du, ob die Bullen verfolgen. Ich bin tot. Was hat die abgeknallt? Haben die euch abgeknallt in Bullen sichtweit, oder was? Keine Ahnung, ob die Bullen da waren. Die Bullen sind da, ja. Aber ich weiß nicht, ob die Bullen was machen gegen die. Ja, die haben euch doch gesehen, wie die die abgeknallt haben. Dann wisst ihr. Nee, das haben die ja nicht eben gesehen. Die sehen jetzt nur zwei LKWs wegfahren. Ähm, es kommt der Sanitäter. Kannst du mal den Sanitäter sagen, dass der den nicht wiederbeleben soll? Weil das ein böser Mann ist und ansonsten, äh... Kriegt er selber einen Kopfschuss? Ja. So, die wollten nicht kooperieren, deswegen werden die jetzt von uns exekutiert. René. Ja. Ein Scharf. Weil der Wichser soll... Der hat mich einfach erschossen, Alter. Willst mich verarschen. Na gut, dann sollen sie schießen, die Bullen sind hier. Schießen sie doch. Hast du nie gehört? Ballern die Bullen los, oder wie? Nein. Die Bullen sind... Wir hören gar nicht, oder so. Die sind blöd, oder so. Ey, den hier nicht! Ey, 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 ey! Weck, Finger weg! Finger weg von dem Typ! Der hat mich gerade bedroht. Der wollte mich abknallen. Das ist ein böser Mensch. Den müsst die Polizei abholen. Wenn er weitermacht, Rackett, sagt, sie haben uns nach Scharfschützen da. Wenn er weitermacht, wird er abgeschossen. Ey, Peter! Direkt wieder ein Headshot geben! Komm ich zu euch! Ja... Darf ich denn den Feuerwehrmann abschießen? Nein, nicht den Feuerwehrmann, wenn man dem Typ da am Boden liegt, wenn der jetzt gleich aufsteht. Er darf den doch gar nicht wiederbleiben, der Medic-Typ! Pass auf, zwei Lkw sind vielleicht auf dem Weg neu, ne? Marvin sucht den nächsten Bullen auf und sagt, die fahren zu Schleiferei. Ich sehe keinen Bullen mehr, hier ist keiner mehr! Wo fahren die hin? Zur Schleiferei, glaube ich. Na, ich kaufe mir jetzt eine Pistole, ich habe mir einen Waffenschein gerade eben gekauft. Alter, die Bullen machen gar nichts. Alter, willst du mich verarschen? Die sind nämlich befreundet, das ist nämlich der DM-Clam. Ja. Ist das so... Das war ein Büro-Steam. Hä? Ein Büro war das. Alter, ich verpiss mich jetzt hier. Wer steht auf, Peter? Aufschluss, direkt erschießen. Aber direkt wieder nicht. Warum sehe ich den Preis nicht im Waffenladen von den Pistolen? Die ganz oben, die RUG, die kostet nur 40.000. Ich höre die Bullen-Viren und nichts mehr passiert. Ja, die sind weg, Alter. Wegster, Alter, der steht nicht auf. Und ein Magazin, Chrissy? Ja, vielleicht sollten sie mal die Polizei anrufen. Das wäre vielleicht das Beste. Also, will der den jetzt nochmal wiederbeleben, dann schneide ich den wieder um. Ne, ich warte einfach. Der der darf nur einmal wiederbeleben. Soll ich einen abholen? Ich habe ein Auto. Dann hat der Unuskack gesagt, nur einmal. Wir sind alle tot. Ja, achso, wenn ihr auf... Warum heilt der Medik nicht euch? Ich habe meine Mäcke gegrissen. Wir sind nicht beim Peter und beim Rickett. Der Medik hat gerade gesagt, in der Regel steht, er darf nur einmal einen wiederbeleben. Was dann mit uns passiert, ist uns überlassen. Mich geht auf den Sack, dass die Bullen da waren. Aber Feuerwehr, ist das ein Hurensohn? Wer steht denn da mit? Ne, das ist der Typ, der noch verarbeitet, der mit uns auch gefarmt hat. Mit diesen großen Dings. Hast du gesehen, wer das war? Kannst du da mal hingehen und kannst du ihm mal sagen, dass der seine Waffe fallen lassen soll, dann sonst nur so wieder tot. Ach, geht der zu ab? Seid ihr an der Verarbeitung oder wie? Ja, und da ist halt so ein Typ angekommen. Hast du gesehen, welche die Typen waren? Ich kaufe mir jetzt eine Pistole, dann helfe ich euch mit. Ja, das ist auch der NWO, ne? Da ist einer von denen. Ja, direkt wegknallen. Wenn ich jetzt neu spawnen, hole ich mir schnell eine Knarre, dann komme ich da rein. Wo spawnst du Steven? In Sophia. Spawn in Sophia Steven, ich hab ein Auto. Nimm Geld mit 40.000 und holen wir uns Pistolen. Alles klar, ich mach das auch. Ich hab ein Auto hier in Sophia stehen. Hab mein Hatchback gekauft. Ich war zum Waffenschieber, ich hole mir eine Reim. Nicht zum Waffenhändler? Ich hab mir eine Waffenhändler-Lizenz gekauft. Kannst du mal zu den anderen Typen sagen, der da grad ist, dass ihm nichts passiert, dass der freundlich ist und freundlich bleiben soll? Peter, verstehst du das nicht? Wo willst du denn hinfahren? Der Typ ist ein NWO, der da rumsteht. Was? Der mit uns abgefahren hat, ist ein NWO-Clan-Typ. Und die, die uns ausgeraubt haben, sind der Clan NWO. Das ist einer von denen, die euch den LKW geklaut haben. Der gehört zu die. Der spielt euch anscheinend aus. Ja. Das ist einer von denen, die grad den LKW geklaut haben. Am besten legst du mal deine Waffe auf den Boden. Hier steht hier noch einer. Der Typ will Zeit schinden, damit mehrere kommen. Ich zähl bis 3, da liegt die Waffe auf dem Boden. Schießen ab, schießen ab. Sieben, ich seh auch den Wappenschieber. Wie viel Geld soll ich mitnehmen? Der ist tot. Da ist ein, da ist ein ATM. Okay, willst du mein Auto einschalten? Ich bin noch nicht neu gespawnt. Komm ich mal von Kankow aus ab. Alter, ich hab noch einen neuen Schuss. Ja, ich bin unterwegs. Peter, halt durch. Wir kommen gleich mit Munition in den Wagen. Ihr seid in Pyros gespawnt oder so? Nein, Sophia. Ja. Und du 7? Ich hab noch Zeit. Ich bin noch nicht gespawnt. So. Kommt der Heli, Alter. Komm, ich will sterben, wenn er mich ausbauen kann. Ja, bin gestorben. Wohin gehst du, David? Sophia, ne? Das heißt, du kannst dich am Krankenhaus abholen. Du rennst vom Krankenhaus weg. Ach ja, hier. Ich seh dich da, ich seh dich da, ich seh dich da. Kannst du sagen, dass du nur alleine bist? Ja. Da ist doch einer gespawnt. Oh, jetzt holt er mich wieder auf den letzten Sekunden. Alter, what the fuck. Das gibt's aber schon. Da ist doch einer gespawnt. Dreckt schon wieder Adrenalin, Junge. Warum werde ich dir festgenommen? Warte, 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 warte. Marvin, warte. Ja, sie haben doch gesagt, ich soll die Hände hochnehmen. Alter. Das sind wir vorhin. Ist das 7 oder 7? Ja, super. Womit soll... Bester Tipp. Oder warte mal auf 7. Nee, der holt mich wieder. Nee, ich sterb. Ich sterb. Ich bin tot. Geh ans Baum bei Sophia. Ja, genau. Ich steh vom Krankenhaus. Ich steh vom Krankenhaus. Ich hab nichts gemacht, ich hab nicht mal ne Waffe. Ich wollte einfach nur meine Diamanten hier verarbeiten. Meine Kronio will nur sagen. Sagt, dass der tot ist. Nö, lass den doch ihren Spaß. Lustig. Lustig. Wir... Peter knallt einen ab. Die sind sofort da, die Bullen. Die Bullen knallen mit Ifrit alle ab. Keiner kommt. Das ist höchstwahrscheinlich, weil die da befreundet sind. Kannst mir erzählen, was zuhören? Ja, ist so so. Ist da kein Sheet? Gottmut oder so? Der Typ da hinten, der ihr gerade wiederbeleben wollt, hat mich gerade überfallen. Bin drin. Sachwacket hat auch ne Knappe. Und der hat ne Waffe. Der illegale. Ey, sag mal ein bisschen freundlich, ja? Sagt uns richtig mit ihren Vorgesetzten. Ey, das ist aber ihre Pflicht. Ja, das ist so.